So, ich habe unser Design nochmal ein bisschen angepasst. Ich denke mal, das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus als unser erster Versuch. Die 21, die haben wir gelassen. Und ansonsten jetzt hier im schicken schwarz-blau-weiß-Look werden wir mit unseren eigenen Rennstallen nun auf die Rennstrecke gehen. Zum ersten Mal Fahrerangebote. Was ist das denn? Achso, hier kann man wohl ganz normal wieder mitfahren, ne? Nö. Mein Team, Fahrzeuge, Anzeigen. Ja, wir haben ja nur eins. Wettkämpfe. Und umso mehr Geld kannst du gewinnen. Okay. Das ist hier, glaube ich, noch gar nicht freigeschaltet. Also wir müssten dann wohl hier unten irgendwie anfangen. Da lese ich schon durch.